Hallo, wie ich in den letzten Videos immer schon mal versucht habe, möchte ich euch immer wieder mal auch Ideen zeigen, was von uns oder beziehungsweise von Kunden realisiert worden ist. Das heißt, im Grunde genommen, jeder kennt das Geländer und dem Geländer hat jeder die Möglichkeit, eigene Varianten zu hinterlegen. Das heißt, und ich möchte hier eine Variante zeigen, die von Kunden, die sich ein Kunde selbst gemacht hat und dies wird immer wieder benötigt oder brauchen immer wieder Anwender. Das heißt, ich möchte das einfach mal zeigen und zwar geht es hier um den Wandhandlauf. Das heißt, dadurch ich ja im Geländerkonfigurator alles selbst definieren kann, habe ich hier so eine Variante, die sich ein Kunde selbst gemacht hat, zum Beispiel für den Wandhandlauf. Das heißt, die ist ganz einfach parametrisiert und somit hat man einfach und schnell die Möglichkeit, sich hier selbstständig einen Wandhandlauf zu erzeugen. Das heißt, die Konsolen mit den Handläufen, man sieht, hier habe ich einfach noch die Gärungen nicht eingestellt, aber das ist ja nur eine Option im Geländerkonfigurator. Das möchte ich natürlich auch noch sauber stellen. Das heißt, unter Verbindung Handlauf-Handlauf muss ich halt hier einstellen, ich will diese auf Gärung eingestellt haben und somit habe ich hier auch meine Gärungsschnitte sofort drinnen. Und kann natürlich jederzeit auch die Anzahl der Konsolen editieren und auch weiter bearbeiten. Aber somit habe ich sehr schnell das Geländer, also sprich den Wandhandlauf, im HiCut erzeugt. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.